Willkommen zurück, eine neue Folge WoW, Wrath of the Lich King Classic, Naxxramas, Maligos, alles besiegt. Jetzt geht's in den letzten Guide von Tier 7 und das ist das Obsidian Sanctum. Erstmal schauen wir uns an, wo befindet sich das Obsidian Sanctum. Wir haben hier die Karte der Drachenöde, kennt ihr bereits von Naxxramas. Naxxramas befindet sich ja hier an der östlichen Stelle von der Drachenöde, zum Übergang zu den Grizzly-Hügeln. Wir müssen allerdings jetzt hier in den Wörmruhtempel und dort befindet sich ganz unten das Obsidian Sanctum. Wichtig, ihr braucht für das Obsidian Sanctum keine Voraussetzungen, ihr könnt sofort reingehen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das Teil denn so aufgebaut ist. Es ist ein großer Raum, umgeben von sehr viel Lava und wir haben hier insgesamt, wie ihr es am Bild schon sehen könnt, vier Bosse, die es zu besiegen gilt. Der Main Boss steht hier in der Mitte. Übrigens, euer Eingang ist hier nicht im Westen, so wie es die Karte vielleicht suggerieren würde. Es ist hier im Osten, ihr kommt durch ein Portal rein und habt dann direkt auch den Zugang zum Hauptboss Satarion. Und die drei anderen Bosse befinden sich dann in höher gelegenen Arealen. Es geht hier im Obsidian Sanctum vor allen Dingen um Drachkins und die Drachenschwärme und um den schwarzen Drachenschwarm. Wir haben als Bosse Tenebron. Tenebron, wenn ihr reinkommt, ist der für euch links, hier auf der Karte unten. Dann habt ihr Shadron, der steht hier hinten. Und ihr habt Vesperon, der hier auf der rechten, beziehungsweise Karte gesehen, auf der oberen Seite steht. Der Hauptboss, wie gesagt, ist Satarion, der dann hier in der Mitte zu finden ist. Was kann der Boss droppen? Ihr habt Tier 7 Handschuhe und es sind Taschenbeutel, beziehungsweise Reittiere möglich als Drops. Dieser Boss kann in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gespielt werden und daran passt sich auch der Loot an. Nämlich, wenn ihr das so macht, normalerweise muss man diese Einzelbosse, die kleinen Zwielichtdrachen, Tenebron, Shadron und Vesperon, alle zuerst besiegen und geht dann zu Satarion, um ihm den Gar auszumachen. Man kann das sich allerdings auch schwerer machen. Wenn man nämlich den Boss angreift, kommen sofort alle Ads, die noch im Raum sind, mit auf die Kampfplattform. Das heißt, die ganzen kleinen Ads muss man sowieso vorher besiegen. Und nach einer gewissen Zeit kommen die übrig gebliebenen Zwielichtdrachen ebenfalls auf die Plattform. Je nachdem, welchen von diesen dreien ihr habt stehen lassen. Ihr könnt natürlich zwei töten, dann kommt noch einer dazu. Ihr könnt einen töten, dann kommen noch zwei. Oder ihr lasst einfach alle drei stehen und habt dann den höchsten Schwierigkeitsgrad, den es mit Tier 7 Content gibt. Wir schauen uns aber zunächst einmal erstmal nur die Fähigkeiten der einzelnen Bosse an und kommen dann zu den Schwierigkeiten. Die Gefahr, die in dieser Instanz besteht, ist natürlich die Überschätzung. Also der Boss selbst ist einer der einfachsten Bosse im Raid Content, wenn man ihn allein angreift, also vorher diese Zwielichtdrachen besiegt hat. Das heißt, da könnt ihr sogar schon rein ohne Probleme und den umholzen, bevor ihr überhaupt nachs betretet. Wenn ihr allerdings die drei Bosse, die drei Kleinbosse am Leben erhaltet oder am Leben lasst, dann wird der Boss zu einem der schwersten Bosse im Raid Content. Das heißt, da solltet ihr schon dementsprechendes Gear aufweisen. Das heißt, überschätzt euch da nicht. Okay, wir fangen mal an mit Tenebron. Er hat als Fähigkeiten einen Schattenspalt. Der verursacht ziemlich viel Schaden, wenn dieser Spalt berührt wird. Er wird allerdings erst nach fünf Sekunden aktiv. Man sieht es als Bodeneffekt da rausgehen. Dann hat er einen Schattenodem. Dann macht er vor sich 10k Damage. Er lässt Eier schlüpfen. Die Eier befinden sich in einer Zwielichtzone. Und die schlüpfen nach 20 Sekunden sind angreifbar, sollten zerstört werden. Aus den Eiern, die nicht zerstört worden sind, spawnen Zwielichtwelpen. Und die machen eine Rüstungsverringerung auf den Spieler, den sie angreifen. Das ist stapelbar. Die Zwielichtdimension macht 1000 Damage pro Sekunde. Und man verursacht 25% weniger Schaden. Wenn man die Zwielichtdimension verlässt, ist man drei Sekunden lang immun gegen Schattenschaden. Die Taktik hier ist, wir haben einen Tank, der sich um den Boss kümmert. Und einen Tank, der dann die Welpen in der Zwielichtzone bespielt. Wenn man einen richtig guten Schaden schon hat, kann man auf den Boss durchziehen und die Eier in Ruhe lassen. Ansonsten muss man in die Zone reingehen und die Eier zerstören. Sollte keiner in die Zone reingehen, gehen die Welpen dann einfach aus der Zone raus und müssen außerhalb eben getankt werden. Den Schattenspalt, wie schon gesagt, vermeiden. Und hinter dem Boss stehen wegen des Schattenodems. Kommen wir mal zum zweiten Boss. Das ist Shadron. Shadron hat den gleichen Schattenspalt wie Tenebron schon. Dann auch den gleichen Schattenodem. Er beschwert allerdings Akolyten. Diese Akolyten wirken Gabe des Zwielichts auf dem Boss, womit er 50% mehr Feuerschaden verursacht und er wird unverwundbar. Das heißt, ihr müsst in dieses Portal gehen und den Akolyten töten. Die Zwielichtdimension ist ebenfalls genau die gleiche. 1000 Damage, 25% Schadens, weniger Schadensausteilung von euch und 3 Sekunden lang seid ihr immun gegen Schattenschaden, wenn ihr aus der Dimension austretet. Hier auch wieder ein Tank für den Boss, ein Tank für den Akolyten. Eine eingeteilte Gruppe aus Tankheiler und DDs gehen in das Portal, um den Akolyten zu töten. Den Spalt wieder vermeiden und hinter dem Boss stehen. Boss Nummer 3, Vesperon. Schattenspalt, wie gehabt. Schattenodem, ebenso wie gehabt. Diesmal hat er allerdings in seinem Portal ein Qual des Zwielichts. Diese wirken Schilder auf dem Boss, die 2k Schaden bei jedem Angriff zurückwerfen. Und diese werden stabilisiert wieder durch Akolyten in dem Zwielichtportal. Die Zwielichtdimension wie gehabt, kennen wir ja schon. Das heißt, wir haben hier bei dem Boss wieder einen Tank für den Boss, einen Tank für den Akolyten. Wieder eine eingeteilte Gruppe, die halt ins Portal reingehen, den Akolyten umhauen, den Spalt vermeiden und hinter dem Boss stehen. Also im Endeffekt, alle 3 Bosse sind so ein bisschen gleich. Ihr geht ins Portal, klatscht da was um, damit es einfacher für euch wird oder damit ihr überhaupt wieder Schaden auf den Boss machen könnt. Und dann könnt ihr wieder rausgehen und den Boss umhauen. Okay, wenn ihr die 3 Bosse zerstört habt, kommen wir zu Sartarion, zum Hauptboss. Weil die 3 kleinen Bosse droppen, glaube ich, nur Abzeichen und kein Loot. Was hat der große Boss? Der hat erstmal einen Spalten, also da nicht treffen lassen. Er hat einen Flammenatem, das macht auch nochmal 14.000 Schaden vor dem Boss. Er hat einen Schwanzfeger, wie viele Drachen, macht 5.500 Schaden hinter dem Boss. Und er schmeißt die Spieler nicht zurück, aber er lässt sie für 2 Sekunden betäuben. Dann kommen von den Seiten in regelmäßigen Abständen Lavawellen. Die machen immensen Feuerschaden, da ausweichen. Und es kommen noch Ads, die beschworen werden über so kleine Lava-Ausspucke, wie nennt man das? Ja, wie Feuermeteoriten, die vom Himmel halt gespawnt werden. Und diese kleinen Ads müssen natürlich eingesammelt werden. Die kommen immer häufiger, sobald Sartarion weniger Leben hat. Und wichtig auch, die Ads gehen enrage, wenn sie von einer Lavawelle getroffen werden. Lässt sich nicht immer vermeiden, muss aber dann eben beachtet werden. So, was haben wir denn als Taktik? Wir haben einen Tank für den Boss, einen Tank für die Ads. Ihr seht jetzt hier nochmal die Kampffläche von Sartarion. Und man kann den Boss hier irgendwo am Rand positionieren. Am besten eben längst zu der Plattform. Und der Raid stellt sich dann eben seitlich von dem Boss auf. Die Rangers können ja ein bisschen Abstand haben. Wenn dann die Wellen kommen, den Wellen schön ausweichen, nicht vor und nicht hinter dem Boss stehen. Die Ads werden halt mit weggegrieft. Hauptschaden kommt auf den Boss. Als Belohnung gibt es wie gesagt die Tier 7 Handschuhe, einen Beutel mit Edelstein und eine Tasche. So, wir schauen uns jetzt als erstes mal den Bosskampf an, so wie er gespielt wird, wenn die anderen drei Drachen down sind. Und danach kommen wir zu dem Schwierigkeitsmodus. So, und auch hier wieder ein Video von Siderhelm. Ihr seht, er nimmt sich den Boss, dreht ihn zur Seite und tankt den Atem bzw. den Cleave. Der Raid positioniert sich seitlich vom Boss und kann dann Damage drauf machen. Ihr werdet jetzt gleich sehen, dass Lavawellen aufsteigen. Die können entweder jetzt vom Tanks Sicht aus gesehen hinterm Tank spawnen oder vor dem Tank. Deswegen guckt er auch immer mal seitwärts, um zu sehen, wo die Lavawellen entstehen. Ihr seht, schön, die haben immer so kleine Aussparungen und da solltet ihr dann reinlaufen. Die Ads, die hier gespawnt sind, sind teilweise durch die Lavawelle eben geenraged, müssen angetankt werden und weggebombt werden. Am besten halt mit zum Boss reinziehen und dann könnt ihr die schön mit wegliefen. Hauptdamage auf den Boss. Ja, und mehr passiert im Endeffekt bei dem Kampf nicht. Jetzt dreht ihr den Boss so ein kleines bisschen rum. Achtet immer drauf, dass ihr eure Leute nicht in den Schwanzfeger reinbringt bzw. nicht vor dem Boss reinbringt. Da müssen allerdings natürlich auch Ranges, Heiler und Melee-DDs selbst immer mit aufpassen. Lieber mal ein, zwei Sekunden keinen Schaden machen und stattdessen sicher stehen anstelle von unbedingt Damage machen und dann halt sterben. Wenn die Wellen von der anderen Seite kommen, seht ihr, sind die Positionierungen, wo die Wellen sind, genau umgekehrt. Das heißt, da wo vorher eine Lücke war, ist halt jetzt eine Lavawelle. Es kommt aber keine Überraschung, das heißt, von jeder Seite sind die Positionen der Wellen immer gleich. So, ihr seht jetzt hier ziemlich viele Ads da. Dann wird halt einfach mal auf die Ads gefokust und der Boss kurz in Ruhe gelassen. Und dann kann es gleich wieder weitergehen nach den Wellen direkt wieder Damage auf den Boss. Und Stück für Stück wird der Boss dann nach unten gezergt. Hat jetzt hier noch, kann es schlecht erkennen, aber ich glaube so 60% Leben oder so. Ja, viel mehr passiert jetzt hier bei dem Bosskampf nicht. Das geht jetzt so bis zum Ende und das Gute an dem Boss ist auch, ihr habt keinen Enrage-Timer, was jetzt den Boss direkt betrifft. Das heißt, ihr könnt so lange spielen, solange eure Heiler-Mana haben, beziehungsweise euer Tank überlebt und ihr nicht von den Ads überrannt werdet. Das ist im Endeffekt euer Kriterium hier. Okay, so, dass wir jetzt die Fähigkeiten von dem Boss gesehen haben, kommen wir jetzt mal zu den Schwierigkeitsgraden. So, und wenn wir von Schwierigkeitsgraden sprechen, werden wir in diesem Guide jetzt wirklich das Schwerste direkt in Angriff nehmen. Und das nennt sich Satarion 3D. Dieses 3D steht jetzt nicht für dreidimensional, also ihr werdet jetzt nicht anfangen, WoW mit 3D-Brille oder Augmented Reality zu spielen, obwohl das vielleicht ziemlich interessant wäre, einfach mal sich in die Welt von Azeroth bildlich rein zu porten und selbst als Tank da zu spielen. Könnte man mal für einen WoW 2 oder so in Angriff nehmen oder zumindest mal für irgendwie eine Instanz, wäre bestimmt interessant. Wir befinden uns hier aber im normalen WoW Classic und wollen Satarion mit 3 Drachen bespielen. Das heißt, sämtliche Ads müssen gekillt werden, außer die 3 Drachen. Ihr seht es auch hier im Hintergrund, hier schwebt schon einer der 3 nach oben lebend. Und diese 3 Drachen werden nach definierten Zeiten zur Plattform von Satarion hinzugefügt oder werden runterfliegen. Das heißt, ihr greift Satarion an, nach 30 Sekunden kommt dann Tenebron mit auf die Kampfplattform, nach 75 Sekunden nach Kampfbeginn Schadron und 50 Sekunden später, nach insgesamt 125 Sekunden, dann Vesperon. Die einzelnen Mobs kriegen jetzt Buffs, die sie noch stärker machen. Tenebron erhält 100% mehr Schattenschaden, oder nicht erhält, teilt halt mehr aus. Shadron macht 100% mehr Feuerschaden und Vesperon verringert die maximale Gesundheit von allen Gegnern um 25%. Zusätzlich erhält Satarion, der Hauptboss, seinen Willen und hat 25% mehr Gesundheit für alle Drachen, die hier im Kampf zu finden sind. Das heißt, jeder Drache hat nochmal 25% mehr Gesundheit und damit dauert der Kampf natürlich länger. Dann gibt es noch die Rache des Zwielichts und sobald einer der Zwielichtdrachen stirbt, erhält Satarion mehr Schaden und mehr Angriffsgeschwindigkeit, nämlich um 25%. Damit man aber nicht sagt, man haut Satarion als erstes um und lässt die Zwielichtdrachen am Leben, um die Rache des Zwielichts nicht zu triggern, bekäme er einen Berserker, der seine Angriffsgeschwindigkeit um 150% und den Schaden um 500% erhöht, wenn Satarion unter 35% Leben ist und noch mindestens ein Zwielichtdrache am Leben ist. Das heißt, ihr müsst die Zwielichtdrachen als erstes besiegen. Kommen wir mal zur Taktik. Wir haben einen Tank für den Boss und ein bis zwei Tanks für die Zwielichtdrachen und deren Fähigkeiten. Sofort, sobald einer der Drachen runtergeflogen kommt, wird sofort auf diesen Drachen geschwenkt. Tenebron kommt ja als erstes runter und der sollte sterben, bevor Vesperon, der als drittes Runder ist, aktiv ist, sodass ihr mit maximal zwei Zwielichtdrachen gleichzeitig zu kämpfen habt. Noch besser natürlich, ihr habt so viel Damage dabei, dass ihr Tenebron schon besiegen könnt, bevor Shadron käme, aber da braucht ihr wirklich schon das beste Gear und den höchsten Damage, den ihr raushauen könnt. Aber mit zwei Drachen kann man noch leben. Solltet ihr drei Drachen gleichzeitig aktiv haben, werden euch die Fähigkeiten höchstwahrscheinlich überrollen. Besonders, weil ja Shadron diese Fähigkeit hat, die immun macht und ihr in das Portal rein müsst. Wenn da drei Drachen aktiv sind, ihr könnt auf keinen Schaden machen und müsst in das Portal rein. Das wird dann irgendwann nichts mehr mit der Heilung und allem. Wie gesagt, alle drei Zwielichtdrachen sind zu töten, bevor Satarion unter 35% ist. Und ihr solltet die Fähigkeiten sauber spielen. Das heißt, die Eier in den Portalen, die Akolyten in den Portalen ordentlich zu Ende spielen, nicht von den Lavawellen getroffen werden, die Eds wegbomben und so weiter und so fort. Die Belohnung ist, es sind die stärksten Items aus unserer ersten Phase, aus dem Tier 7 Content. Und ihr könnt diesen schönen Zwielichtdrachen hier als Reittier bekommen. Ja, merke, diese Fähigkeiten kommen natürlich zu den Standardfähigkeiten, die jeder von den vier Drachen hat, noch dazu. Das heißt, ihr müsst den Kampf schon mal von jedem von den Drachen verinnerlicht haben und dann könnt ihr probieren, zuerst mit einem Drachen zusätzlich zu spielen, dann mit dem zweiten Drachen zusätzlich und dann alle drei Drachen mal zusätzlich auszuprobieren. Es gibt auch Loot für Satarion 1D, also mit einem zusätzlichen Drachen und Satarion 2D, sodass man sich dann auch belohnungstechnisch so ein bisschen an diese Schwierigkeitsgrade anpassen kann. Ich würde sagen, man kann am Anfang Satarion 0D quasi spielen. Sobald man so, ich würde sagen, den Spinnen- und Seuchenviertel in Naxxramas gecleared hat, könnte man mal Satarion 1D probieren. Wenn man dann Konstruktviertel und weit fortgeschritten im Militärviertel ist, oder das vielleicht sogar gecleared hat und ein bisschen Loot schon abgegriffen hat, könnte man Satarion 2D probieren. Und Satarion 3D würde ich wirklich erst probieren, wenn man auch Keltusat schon besiegt hat, wenn man Malygos schon besiegt hat und sich da mit sehr guten Items ausgerüstet hat. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie sieht denn das so spielerisch aus. So, und da hat auch wieder Siderhelm einen schönen Guide zusammengefasst. Und was ich hier sehr schön finde, er hat es hier nochmal schön dargestellt, wie man sich am besten für Satarion 3D positioniert. Der Boss steht am Anfang ja dort, wo die rote Fläche jetzt ist. Und der Raid stellt sich am grünen Punkt da auf. Wird auf dem Tank aufgeschossen, das ist der kleine blaue Punkt hier in der Ecke. Und der Tank kann dann immer, je nachdem wo die Wellen kommen, sich eben gerade dem Boss so positionieren, wie er jetzt steht. Parallel dazu, wenn die Wellen so von oben kommen, geht er wieder in die Ecke. Wenn die Wellen von der anderen Seite kommen, stellt er den Boss wieder gerade. Der Raid kann sich so splitten. Sobald der erste Boss runterkommt, geht der Raid auf den Boss. Die Bosse kommen immer auf den kürzestmöglichen Weg nach unten. Das heißt, von links, von hinten, beziehungsweise von rechts. Da müsst ihr dann drauf Acht geben. So, ihr seht das jetzt mal aus der Sicht von einem Paladin Tank. Weil der Main Tank hat im Endeffekt nicht viel zu tun. Der läuft einfach immer nur rüber und rüber und tankt den Boss. Muss halt zusehen, dass er nicht stirbt. Wir sehen uns den Bosskampf allerdings jetzt mal an. Auch schön im 25er. Was denn passiert mit den Ad Tanks? So, Nummer 1. Der Bosse kommt hier runter. Nämlich im hinteren Feld. Auch wenn der von der linken Seite kommt. Tenebron kommt runter. Es kommt sofort eine Lava-Wand. Da müsst ihr Acht geben. Wie immer nicht vor dem Boss stehen. Den Boss so tanken, dass halt keiner vor ihm steht. Wegen des Atems. Und hier gilt es ja, die Eier zu besiegen. Wenn ihr genügend Schaden habt, zieht ihr voll auf den Boss durch. Und haut ihn so schnell es geht irgendwie um. Jetzt kommt wieder die Feuerwand. Und ihr könnt euch merken, sobald er unten ist und die zweite Feuerwand ist gespawnt, zieht den Boss, wie hier jetzt beschrieben, in die Mitte. Weil es kommt nämlich gleich der zweite Zwielichtdrachen zeittechnisch runter. Das kann man immer schön mit der Feuerwand abstimmen. So, der zweite Zwielichtdrache ist unten. Ihr seht, die Zwielichtwelpen sind geschlüpft. Die werden jetzt mit weggebombt. Da am besten halt einen dritten Tank mitnehmen. Und da liegt auch schon der erste Drache. Es sollte nur einmal die Zwielichtwelpen spawnen. So, die nächste Feuerwand kommt. Und nach dieser Feuerwand könnt ihr den Boss schon auf die dritte Position bringen. Die ist nämlich gegenüberliegend. Wo dann Boss Nr. 3 runterkommt. Nämlich Vesperon. Shadron ist ja jetzt aktiv. Da, wie gesagt, eingeteilte Spieler mit dem jeweiligen Tank runter in das Portal, um die Akolyten zu besiegen, dass ihr auch hier Damage machen könnt. So, Vesperon kommt runter. Der Tank sammelt ihn ein. Und jetzt kommt auch schon die nächste Feuerwand. Jetzt gilt es, den Schaden auf Shadron zu fokussieren, sodass dieser möglichst schnell stirbt. Hier kommt auch sehr viel Schaden mit rein, weil Shadron ja diesen Feuerschaden-Buff noch mitbringt. Und die ganzen Ads, die noch kommen, natürlich auch Feuerschaden verursachen. Shadron geht jetzt gleich down. Und dann wird es ein kleines bisschen entspannter für euch, weil ihr habt nur noch mit einem Zwielichtdrachen zu kämpfen. Müsst allerdings aufpassen. Ihr müsst eure Heiler intelligent einteilen. Am Anfang des Kampfes braucht euer Main Tank nicht viel Heilung. Da reicht meistens ein oder zwei Heiler gut aus. Sobald ein Heiler, hier seht ihr nochmal das Zwielichtportal. Ihr könnt euch übrigens schützen vor der Feuerwand, indem ihr in so ein Portal reingeht. Das ist jetzt hier mal die Sichtweise, wenn ihr die Akolyten hier besiegen sollt in den Portalen. Und wichtig ist auch, macht euch die Kommunikation bei den Lavawellen zu Nutze. Sobald so eine Lavawelle nochmal kommt, die jetzt hier auch angezeigt wird, geht nicht aus dem Portal raus. Wartet die Lavawelle ab und lasst euch von draußen ansagen, Lavawelle ist drüber. Ihr könnt jetzt raus. Nicht, dass ihr spawnt und direkt in einer Lavawelle drin seid, die halt zu viel Damage verursacht. Okay, letzter Boss, Vesperon oder von den dreien Vesperon wird jetzt gefokust. Die Akolyten weiterhin sauber spielen. Ja, wie gesagt, beim Main Tank, sobald der erste von den drei Drachen down ist, also Tenebron, sollte ein Heiler mehr auf den Main Tank switchen, sodass ihr zwei Heiler auf dem Main Tank dann auf jeden Fall habt. Wenn der zweite Drache down ist, könnten es zwei Heiler noch hinbekommen, wäre aber sinnvoll, zumindest noch Hotz oder so von dem dritten Heiler mit drauf zu haben die ganze Zeit. Wenn dann auch Vesperon down ist, also der dritte Drache, dann spätestens solltet ihr mit allen möglichen Heilern auf den Boss umschwenken, um euren Tank am Leben zu halten, euren Main Tank, weil der wird dann richtig Damage bekommen. Das sind 75% mehr Angriffsgeschwindigkeit und Schaden, die der Boss auf euren Main Tank dann bringt. Und die Ads selbst, die machen ja nicht so viel Damage. Also diese Lava Brut und sowas, die macht ja nicht so viel Damage, die kann vom Off Tank eingesammelt werden. Und ihr fokussiert euch als Heiler vor allen Dingen auf dem Main Tank. So, alle drei Drachen sind down. Jetzt ist im Endeffekt der Kampf genauso wie ohne Drachen, weil es kommen keine zusätzlichen Fähigkeiten und sonst was mehr. Nur eben, dass der Main Tank viel mehr Damage bekommt. Wichtig ist für euch, sollte noch so ein Akolyt übrig sein, müsst ihr den trotzdem noch besiegen, weil die Fähigkeiten kommen natürlich immer noch auf Satarion. Also das sollte trotzdem nochmal gemacht werden, ihr seht es jetzt hier. Aber danach, sobald alle drei Drachen down sind und die Akolyten down sind, hier war es ein bisschen knapp mit der Lava Wand, die hätten sie vielleicht sogar noch abwarten sollen. Sobald das alles down ist, geht es auf Satarion. Ihr solltet dann immer gucken, dass ihr euch sinnvoll positioniert, weil der Main Tank muss den Drachen ja trotzdem immer mal noch wieder in die Ecke ziehen für die Lava Wände und so weiter. Und ansonsten heißt es jetzt, den Boss runterzergen, sodass euer Tank halt nicht stirbt. Ihr habt aber zu dem Zeitpunkt so viel Zeit, wie ihr benötigt. Es gibt jetzt kein Endrage Timer und nichts mehr. Ja, und wenn ihr den Boss besiegt habt, dann könnt ihr euch für die besten Loot-Items freuen. Im Hinblick auf Ulduar, dass ihr da euch schön equippt. Ihr könnt euch über ein Reittier freuen, was ihr verteilen könnt. Und damit habt ihr dann, denke ich, den Content komplett gecleared. Weil das sollte eigentlich der letzte Boss sein, den man dann angeht im Tier 7 Content. Okay, ich hoffe, euch hat dieser Guide gefallen. Und wir haben sämtliche der 17 möglichen Bosse im Tier 7 Content behandelt. 13 Naxxramas, 2 mit der Spitze von Naxxramas, nämlich Saphiron Keltusat. Wir haben Maligos behandelt und wir haben Satarion behandelt. Das Video wird hier übrigens jetzt ein bisschen vorgespult, weil der Kampf ändert sich jetzt hier nicht mehr groß. Schreibt mal in die Kommentare, wie hat euch das Raid-Design jetzt mit den Videos gefallen? Und euer Feedback würde ich dann gern berücksichtigen, wenn es dann später um die Raid-Guides geht, die wir in Ulduar zusammen bekommen wollen. Ihr seht jetzt hier auch nochmal, wie viele Ads dann spawnen, je weniger Leben Satarion hat. Dass wir da nochmal was verbessern können zu Ulduar. Und dann hoffe ich, ihr seid bei den nächsten Guides zu Ulduar auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!